Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei that's for you. Ja cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke zunächst einmal für das krasse Feedback auf diese neue Rubrik hier auf meinem Kanal. Das letzte Video hat tatsächlich über 470 Kommentare bekommen. Ja für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich kann euch nochmal einen kleinen Ausschnitt zeigen. Was mit diesen LED-Sneakern so alles möglich ist, schaut einmal rein. In diesem Moment kommt das Video jetzt für euch. Ja Leute, bitte nicht zu Hause nachmachen, das Ganze. Aha. Für die Leute, die jetzt leider nicht gewonnen haben, es konnten leider nur 2 gewinnen. Aber ja, der Code Mark10 ist immer noch aktiv, also ihr bekommt immer noch 10%. Alle Infos findet ihr unten in der Infobox. Ja, mehr kann ich leider für euch auch nicht tun. Aber ich hoffe, der eine oder andere, der noch Lust hat, sich das zu bestellen, freut sich auch über die 10%, die ich noch ermögliche. Dann kommen wir zum heutigen Video. Was gibt es zu gewinnen? Die Leute, die mir auf Snapchat folgen, haben es schon mitbekommen. Es gibt Winterjacken zu gewinnen. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, ah nicht allzu lang, vor gar nicht allzu langer Zeit, ich wette, ich habe den ganzen Tag wieder 1 Euro von dem. Da habe ich ein Video auf YouTube hochgeladen, wo es um meine Winterjacken geht. Und da habe ich das ein oder andere Kommentar gelesen. So einer so, ey Marc, meine Mutter reißt mir den Kopf ab, wenn so eine Winterjacke nur 100 Euro kostet und so. Und da habe ich gedacht, okay, ey, das kann ich alles verstehen. Ich hatte wirklich eine Zeit, wo ich auch richtig sparsam sein musste, wo ich kein Geld hatte für irgendwelche teuren Jacken oder irgendwie sowas. Und ich verstehe es auch, wenn ihr Schüler seid, Student, alles gut. Dachte mir, okay, wie kann ich euch jetzt helfen? Und gedacht, haha, Schlaubi-Schlange, that's for you. Rufst du doch da mal an bei United Uniforms und bei Lights of London. Soll ich da angerufen bei denen? Ich so, pass auf, Leute, meine Abonnenten frieren. Schick mir doch bitte mal 8000 Jacke in die... 36. Na, die so, ja, okay, Marc, 8000 geht nicht, aber 2500. Nein, die waren tatsächlich so freundlich, haben gesagt, pass auf, klar, verlost doch gerne bei Setz4U eine Männer-eine Frauenjacke. Ja, und das machen wir. Ich zeige euch einmal, wie die Männerjacke aussieht von Lights of London. Diese Jacke kostet 279 Euro. Ich sage es euch aber wirklich, es ist ein Unterschied, ob ihr euch eine Jacke holt für 70, 80 Euro oder ob ihr ein bisschen mehr ausgibt. Ihr habt deutlich länger was von diesen Jacken und es ist auch qualitätsmäßig ein großer Unterschied. Ich finde die richtig nice, mir gefällt die gut. Ich werde die auch tragen, also ihr werdet es auf Bildern sehen, so, das ist nicht irgendwas, was ich euch jetzt hier zeige, weil ich es umsonst bekomme, sondern weil ich es selber auch feiere und privat trage. Also, da könnt ihr euch sicher sein. Ähm, genau, die Frauenjacke ist von United Uniforms. Das ist so eine hier. Finde ich auch mega nice. Es ist kein Echtpelz, keine Angst. Das ist alles fake, also für alle Tierschützer. Wir haben darüber schon gesprochen. Ähm, schaut mal, das ist so eine hier, United Uniforms. Ähm, ja, ihr wollt jetzt wissen, was ihr dafür tun müsst. Ähm, relativ einfach. Und zwar als allererstes müsst ihr natürlich mal Abonnent sein von meinem Kanal. Ich habe gesehen, letztes Mal hier so viele Leute machen mit, keiner abonniert meinen Kanal. Was, was los? Bin ich nicht mal hier ein lausiges Abo wert oder was? Auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Und dann geht ihr einmal direkt auf meine Facebook-Seite jetzt. Das ist der erste Link unten in der Beschreibung. Kommt ihr auf meine Facebook-Seite. Könnt ihr auch gerne liken. Müsst ihr aber nicht. So, ich will euch ja nicht überfordern. Ähm, wobei, ganz ehrlich, die Jacken kosten beide 300 Euro. Da kann man auch schon ein bisschen Leistung erwinken. Aber okay. Ähm, und da ist der Beitrag, der offizielle Beitrag zu dieser Folge Setz4U. Den teilt ihr, ja. Das ist mit dem Video, mit dem Trailer zu dieser Folge hier. Einfach teilen. Unter allen Leuten, die diesen Beitrag teilen, verlose ich diese Jacke. Also du kannst auch als Junge für deine Freundin zu Weihnachten mitmachen. Teil das. Wenn du gewinnst, sagst du, du willst die Frauenjacke. Gar kein Thema. Also ihr könnt, wie ihr wollt. Ähm, ja. Nächste Woche Sonntag wird der Gewinner bekannt gegeben. Ich denke, relativ easy. Abonnieren, Beitrag teilen. Chillig. Achso, jetzt habe ich euch die Frauenjacke gar nicht richtig gezeigt, ne. Doof, ne. Jetzt habe ich die Männerjacke so angehabt, selber präsentiert. Es ist zwar schon spät, aber ich überlege gerade, ob ich kurz zu meiner Nachbarn mal rübergehe, dass ihr Ladies auch mal seht, okay, wie sieht die angezogen aus, damit ihr euch das vorstellen könnt. Weil die ist einfach der Hammer, als ich die jetzt so hier präsentiere so. Ist ja nicht so geil. Pass auf, wir machen das. Pass auf, wir machen das. Ich klingel kurz mal bei meiner Nachbarn. Ich tausche jetzt mal die Kamera. Ich nehme euch einfach mal mit und, äh, mal sehen. Wenn die da ist, äh, frage ich sie, ob sie die mal anzieht, dann könnt ihr Ladies da draußen mal sehen, wie die Jacke aussieht. Also, ähm, pass auf, ihr kommt ab hier, Leute. Die Jacke ist hier, äh, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich nehme euch hier vorhin mal mit. Mal sehen, was sie sagt, ey. Ist schon ein bisschen später so, aber, ey, ganz ehrlich, für Set4U kann ich auch wohl mal die Tür auf mal anziehen. Auf geht's. So, Leute, dann wollen wir mal hier klopfen bei der Natascha und hoffen, dass sie da ist. Ist schon ein bisschen später, aber, äh, mal sehen, was tut man nicht alles für euch, ne. Fragen wir mal nach hier einmal. Jacke ist am Start. Kann sie auch mal anziehen für euch, ne. Puh. Hi. Willst du mich verarschen? Was meinst du? Ich wollte mal fragen, ich habe ja so eine Rubrik, Set4U heißt die, und, ähm, ich brauche eine weibliche Person, die diese weibliche Jacke hier hat. Für mich anziehen, besser gesagt, für meine Zuschauer. Und deshalb kommst du jetzt um Mitternacht hierher? Ich meine, du kannst von Glück reden, ich bin gerade, äh, reingekommen, ne. Aber die Nummer geht eigentlich überhaupt nicht. Ja, ich dachte so, wenn irgendeiner hier am Start ist, dann du, und die Jacke ist so cool. Dann zeig ich mir erst mal die Jacke. Okay, guck sie erst an. Oder ich, oder du bittest mich erst mal rein. Ich will mir erst die Jacke angucken, wenn ich die geil finde. Darfst du rein, sonst muss sie draußen bleiben, verstehst du? Okay, merkt euch, Leute, einzig. Guck in die Jacke ist geil, komm rein. Wenn ihr erst mal einen Fuß in der Tür habt, ne, dann werfen euch die Frauen nicht mehr raus. Ne, die Jacke, du kommst raus. Okay, ja, vielen, vielen Dank. Es war mir, dass ich dich jetzt hier störe, so spät. Aber ich dachte mir, wenn, irgendjemand, dann vielleicht du und... Guck mal, ich habe es extra romantisch gemacht. Ich habe ja schon geahnt, dass du heute wiederkommst. Heute wieder? Er kommt ja immer auf das vorbei, ne, so heimlich. Ach so, heimlich. Guckt euch das mal an. Also wirklich eine Bildschöne Wohnung hier. Warum ist das bei uns nicht so schön? Schaut mal, Leute. Ich weiß auch nicht, warum es war jetzt so. Das ist ja hier. Total lieb, dass du das jetzt machst, dass wir hier einmal zeigen können, wie diese Jacke an einer weiblichen Person aussieht. Sonst hätte ich meinen Mitbewohner fragen müssen, ob er das mal anzieht, weißt du? Ich würde eben einen Einstieg finden. Ach guck mal, kriegst du das nicht hin oder was? Soll ich dir helfen? Sorry, das wäre jetzt auch nicht so gentleman. Die ist wirklich einmal jetzt auch. Die ist auch schön kuschelig, ne? Die ist echt kuschelig. Ich habe gerade gedacht, irgendwas fehlt mir heute Abend, weil ich saß hier, bin gerade rein, habe ein bisschen gefröstet. Dann ist es die Jacke, ne? Die ist geil. Pass auf, pass auf, ich zeige dir mal was. Pass zum Kissen. Guck mal, da kannst du... Ich habe noch einen Minirock jetzt dazu. Kannst du so heute Nacht anlassen? Das ist so ein geiles Outfit, ne? Sieht super aus. Findest du sexy? Ja, mega sexy. Leute, schreibt es in die Kommentare, wie findet ihr das? Natascha mit der Jacke und diesem Minirock. Also definitiv einfach mal einen Daumen nach oben geben, wenn ihr das gut findet. Auch einen Daumen nach oben, dass du so nett warst. Und zu später Stunde mir hier nochmal die... Ich verstecke mich mal, die Leute finden mich ja meistens scheiße. Aber ich habe gar keinen Lippenstift drauf. Das ist echt... Dann wollen wir nochmal alles neu drehen, vielleicht mit Lippenstift. Normalerweise bin ich immer pink. Ne, passt schon. Okay, also wenn ihr Natascha kennt, normalerweise sitzt ihr mal pink und Lippenstift. Stellt es euch einfach mal vor. Sieht ihr was? Brauchst du mit der Kaputzer? Sag mal ganz ehrlich, guck dir mal den Hintergrund an. Sehe ich nicht aus wie ein weiblicher Weihnachtsmann, mit der Beleuchtung und so. Guck dir das mal wieder an. Oh shit, mit deiner Location. Ja, danke auf jeden Fall. Für die Leute, die ein bisschen mehr über Natascha mal erfahren wollen. Ihr habt auch einen YouTube-Kanal, ne? Ja, 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 stimmt. Wir sind ja jetzt... Stimmt, was für ein Zufall, dass ich das jetzt gerade erwähne. Mensch, da war doch noch... Nein, Spaß beiseite. Berlin Blondes, Berlin Blondes. Seit einer Woche sind wir bei YouTube. Könnt ihr mal gerne reingucken. Meine große Schnauze ist dabei und zwei super Mädels an meiner Seite. Super Mädels, super, ich hab's schon gesehen. Ich find's richtig gut. Ich verlinke's hier einfach mal, schaut mal rauf. Ich find's ganz cool. Muss ich tatsächlich sagen, normalerweise sagt man ja... Jetzt machen wir sogar noch so ein bisschen Interview-Like hier. Normalerweise sagt man ja, also YouTube ist immer so ein bisschen moderner und ihr seid ja auch noch sehr, sehr jung. Aber theoretisch sehr, sehr jung. Du hast gerade versucht, die Kurve zu kriegen. Kann das sein? Ich hab die Kurve schon. Du wolltest eigentlich sagen, eigentlich seid ihr viel zu alt für YouTube. Ihr seid nicht die typische YouTube-Zielgruppe, das wollte ich jetzt mal sagen. Und ihr wollt aber ein Lob aussprechen, das ist total toll, finde ich, dass ihr das macht. Ey, hallo? Sehe ich alt aus? Guck mal meine Sneakers an. Alter, Leute, ey. Für alle Ladies. Okay, mir fällt was ein. Ich mach hier immer eine Shopping-Tour. Leute, ihr wisst es ja, ich mach hier immer eine Shopping-Tour mit berühmten Persönlichkeiten. Wenn du Lust hast, gehen wir beide mal zusammen shoppen und ich nehm die Kamera mit. Kannst du machen. Ja, dann machen wir. Aber ich suche aus, nicht du. Du shopst ja. Nee, Moment. Du shopst für dich. Nee. Ich shop für dich und du shopst für mich. Das ist doch spannend. Das ist eine gute Idee. Das können wir machen. Also, checkt den YouTube-Kanal ab. Wir gehen auf jeden Fall mal zusammen shoppen. Ist geboren. Und vielen Dank, dass du das mal gezeigt hast. Habt ihr die Jacke jetzt gesehen? Ich hoffe, alle haben es. Dreh dich nochmal. Also, Leute, die ist, wenn die nicht der Traum ist. Das ist ein richtiger Werbefilm. Alles klar. Macht's gut. Und, achso, meinem Gast gehört immer das letzte Wort. Das heißt, du darfst jetzt irgendwas sagen. Ich darf nichts mehr sagen. Egal, was du möchtest. Ich geh nach Hause. Okay, Leute, da bin ich auch schon wieder bei mir im Studio. Ja, jetzt habt ihr es gesehen. So sieht die Damenjacke auch aus. Also, Leute, geht auf meine Facebook-Seite. Teilt den Beitrag. Abonniert. Ihr könnt jetzt hier auf Abonnieren klicken, Leute. Dann, wenn ihr wollt, ich freue mich über jedes Kommentar, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Ist das richtig egal. Und checkt auch bitte mal die Facebook-Seite von Lights of London und United Uniforms ab, die das Ganze überhaupt möglich gemacht haben. Liked die Seite gerne. Schreibt einen Kommentar. Die freuen sich auch drum. Also, vielen Dank nochmal an euch, Jungs, wirklich, dass ihr das möglich gemacht habt. Also, das sind die Helden, nicht ich. Ich schenke es euch nur und die sind es, die es geben. Also, danke, danke an euch. Und ja, Leute, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. That's for you. Wir sehen uns mit dieser Folge übernächste Woche wieder. Achso, ich kann sagen, da gibt es was mega, mega Geiles zu gewinnen. Also, freut euch drauf. Danke, dass es euch gibt. Danke für über 8.000 Abonnenten. Peace out. Mein Name ist Marc Eggers. Bis demnächst. Und that's me. Bis zum nächsten Mal.